Attacke! Dad, was machst du hier? Oh, das ist mein Lieblingskollekt! Hör, ich habe herausgefunden, was sie in der Frauenklinik gemacht haben. Sie haben einen Kandidaten in eine Snook. Sie werden alle von South Park nuken. Eine Snook? Sie haben die Snook nicht verstanden. Sie haben die Snook hier. Wer hat das? Wer diese Leute sagen, dass sie Taco Bell sind. Wir sollten uns wissen. Wir sollten uns wissen, Taco Bell ist viel zu kompensierend und lieblich, um so secretive zu sein. Die Qualität ihrer Charaktere, wie die Qualität ihrer Essen, sollte niemals kommen in die Frage. Dad, wo ist die Frau mit der Snook? Sie haben sie nicht in eine Frau. Wie ist der Herr Knie an? Well, all I remember war that there were these big government guys. And they wrestled me to the floor at my house. And then I remember thinking, Well, this is fun. But wait, is that a thermonuclear device? I'd had some drinks, so putting a thermonuclear device up my ass wasn't completely out of the question. Oh, Jesus Christ, how long do I have? We don't know, Mr. Slave, but it could be a matter of minutes. Well, what are you waiting for? Pull it out! No! We can't just pull it out! Snooks have triggers on them! We have to abort it! From inside! Oh, come on. Who knows how to do abortions and can get really, really small? Hmm. Who? Who could possibly be able to make themselves tiny and know something about abortions? Hmm. Who could there be? Uh-huh. Who could there be? I don't think. There's got to be someone! Yeah, come. We're going in. It seems like it'd be easy to find someone who- Oh, look! He's all small! Wow, this kid is just full of surprises! Quick! Get up there and disarm the Snook! Hurry! Oh, be careful! I might have also put some bats up there the other night! Fledermäuse. Ernsthaft? Oh, scheiße. Let me wait 2.0. Dude, lame! How come I have to be your buddy right now? And now we boldly go where many men have gone before! New kid! You must find a way out of this place or you will surely die! The way behind you is blocked by the large sphincter! Make haste to the large intestine! All will be made clear to you then! A great adventure is waiting for you ahead! Journey onward, new kid, or you will soon be dead! The road ahead with all adventure and fright! But push onward, new kid, with all of your might! New kid! It's new kid, new kid, new kid! Only when you are scared, new kid! Serious? Ok. Now, let's put the plague in Mr. Svarvis Arsch as well! Just put something in Mr. Svarvis Arsch out here! Are you too? We're good! We are still against him! Ok. Now... ...the old modusias. Just pick something already. desk Wie können wir den Bakterien anbiedern? Das ist schon geil. Okay, ich habe gerade den Erfolg Feuerarsch bekommen. Wer hat denn hier was mit Wasser? Oh, ja, gleich weg, mein Herr. Kann ich deinen Scheiß clean, während ich da bin? Oh, kann man halt die Fresse. Okay, wer hat denn hier Wasser? So, uh, hey? Ah, sick, dude. Maybe someone with some water can help. You're forgetting your station, Commander, douchebag. And the Wasser... Wasser? Oh, man. It stinks like shit in here. Well, I'm flattered. You thought of me, but I would... Auch nicht. Hm? I'm still a signaler. Ich habe die Stift wahrscheinlich dabei. Auch nicht. Entweder Jimmy oder Stan. Mann, wir werden wirklich hochgehen, Slate? Dein Wort ist die Kommande. Sparky! Hier, Junge! Okay. Hm. Auch interessant. Aber ich wechsle wieder zurück zu Cartman. Einfach, weil er es liebt, in Mr. Scarves Arsch zu sein. Hehehe. Ach. Ach. Wir sind sogar Nazi-Bakterien. Wer hätte es gedacht? Ich habe gerade schon gedacht, da oben der... Ähm. Hau und daun. Ich würde da ablaufen. Ouh. Ding. Ganzer Linie. Ähm. Okay. Vielleicht mit... Lager-Sacken. Das ist gut. Someday werde ich dir besser tun. Ach. Ich bin blind. Wester Sklawe hat natürlich... ... ... Auch eine Sonde im Arsch. Das riecht weird. Nein. Mr. Zylinder. Da ist er also geblieben. Wirtschaftsanfrage Mr. Zylinder. Eieieieiei. Du musst mit Nagasaki ein bisschen aufpassen. Ich meine... Wir sind hier um ein... ...thermonukleares... ...ääh... ...feuerwerk zu verhindern. Jesus! Hello? 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 Slave, honey? You better not be tied up somewhere, you silly goose. Huh. Where is he? Heiner? 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 Auch nicht schlecht. Hm. Oh, das kommt doch nicht. Alarm! Come to try and stop me? It isn't gonna work. Scheiße! Ach du Leber! So, Cartman. Und brennende Wolken. Attacke! Ach du Leber! Ach du Leber! Okay, super ein Heil in sich. Sollen wir recht sein? Scheiße! Ach du Leber! Oh mein Gott! Na 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 na! You guys lose! Und drei tote Bakterien. Eigentlich ist es hier eine Darmreinigung, die wir durchführen. Ibro-Klinge. Hui. Oh man. Ah. Did you check the batteries? Oh man. Seine Darmダurin geführt? Ich habe schon so ausgerübert. Ah, lassen wir das. Nein! Ah, gar nicht. Die arme Fleder Ah, das wollte doch niemand sehen Hmm, Produktkappe Okay, jetzt mal ganz ehrlich Für ihr Vergnügen Okay, nee, warte mal was 13 Uhr, Freunde 13? 13 Hm Was, 500 angewidert? Nee, ich hab mich gerade schon so auf die Kanoische Hellebade konzentriert Da lass ich die Vibro Klinge mal stecken Hmhm Ich bin der Sparrowprinz Ich bin der Sparrowprinz Ja, ich bin der Sparrowprinz Ja, ich bin der Sparrowprinz Lemi-Wing's journeyed a distance far and fast Schönen Tag Ich bin der Sparrowprinz 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 . . . . . . Jawohl! Ach! Kein Tag! Mein Enger ist jetzt größer. Will das nicht noch der Katata fisch? Will das nicht noch der Katata fisch? Ah, okay. Guck mal an zu zerschießen. Hm, der Wachenschrein? Nein! Na, der Sack! Oh! Hehehehe! Das finde ich gerade mal wieder Ja, der Wachenschrein! Oh, Jesus Christ! Oh, das ist wieder los. Der Wachenschrein. Alles klar. Kein Problem. Engaging Hostiles. My orders are to take you out. Oh, ah. Medic! Taking fire! Take cover! I'm hit! I can see a light. It's beautiful. And so the party journeyed onward. Damit habe ich jetzt auch nicht gerechnet. Wann doch relativ einfach. Wann doch relativ einfach. Oh Gott, die zweite Etage. Ah, das ist doch. Ah, das ist doch. Neue Kid came to the stomach dark. Neath the cold depths of the love of the heart. Ah, Katata fisch. Hello, new kid. I am Katata fisch. Katata fisch of the stomach's core. The trigger of the thermonuclear device lies before you. I have tried to solve its riddle, but I have been unable to disarm it. Katata fisch riddle will soon be told. There are only moments to spare. Find a way to disengage the trigger. Or all will be lost. You see the handicapped hand, right? You know what that means, right? Yep. Bedeutet zu brauchen? Jimmy. You're w-where is the command, my lord? This calls for a little bardic access. Why? Why do you always say that? Snook abortion sequence initiated. Begin electrolytic infusion. Christmas time is once a year. Every critter holds it dear. Ah. Every animal big or small. Christmas means so much to us all. It's once a year. Abortion access split-stress. Abortion access split dilated. Initiate control chip removal. Once a year. It's once a year at Christmas time. Wrong chip. Wrong chip. Ow. Not that. I needed that. Wrong chip self-destruction sequence aborted. I don't want to anymore. I don't know why I just do it anymore. I don't know why I just do it anymore. What is it, Mr. Slade? What are you feeling? Jesus! Jesus Christ! Great job, new kid! But your journey is not yet complete. Yes! Why should we ever need your services again? We will call. All right. Let's go. Let's go. Great job. You've disarmed the snook. South Park is saved. Yes. Now let's finish this new kid. Let's beat Clyde once and for all and take back the stick of truth. Let's go.